Die Paul-Horn GmbH in Tübingen entwickelt und produziert seit 1969 Einstech-, Längsdreh- und Nutfräswerkzeug. Wir stellen Präzisionswerkzeug her, das der höchsten Erwartungen entspricht. Um bloß die beste Qualität liefern zu können, stellen wir unsere eigene Hartstoffe her. Der Markt eine spitze Position einnimmt. Die Erfüllung der hohen Kunden- und Eigenausprüfung ist eine entscheidende Voraussetzung für unseren Erfolg. Sorgfalt und Präzision stimmen unser Handler. Schon in der Vorstufe wird jedes Produkt einer hundertprozentigen Prüfung unterzogen. Als Hersteller haben wir eine ganz besondere Verantwortung. Darum werden alle Phasen der Produktentstehung sorgfältig plant, entwickelt und ausgeführt. Für die Eihaltung unserer Qualitätsrichtlinie sorgt rund 900 qualifizierte und speziell geschulte Mitarbeiter auf über 20.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Jeder Mitarbeiter trägt an seinem Platz zur Verwirklichung von unseren Vorstellungen bei. Wir investieren enorm und gezielt in Ausbildung. Unsere Ausbildungsabteilung ist einzigartig in Dimension und Klasse. Mit über 15.000 Standardwerkzeug und über 85.000 Anwendungslösungen sind wir in Deutschland und auf der ganzen Welt schon seit einer halben Ewigkeit Markt- und Technologieführung. Damit das so bleibt, investiert der Horn in modernste Herstellungs- und Anlagentechnik. Einstechen, Abstechen, Nutfräsen, Kopierfräsen, Bohren, Reiben und Nutstoßen bis aufs Muckenseckele genau im Müllbereich klappt halt bloß mit der Präzision von Hornwerkzeug und der horneigenen Geometrie. Die Beschichtung von unserem Werkzeug ist ein Aufwendungsverfahren und sorgt für eine alleinige Güte unserer Produkte. Dabei sind die Anwendungsbereiche unserer Lösungen vielfältig und reichen von der Automobil- und der Zulieferindustrie über Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Hydraulik, Pneumatik, der Schmuckindustrie bis nah zur Medizintechnik. Kein Werkzeug geht weg vom Horn, ohne dass man es ordentlich geprüft hat. Und wenn es präsiert, haben wir das Greenline-System. Damit schaffen wir es innerhalb von fünf Tagen zum Liefen. In der Entwicklung und Produktion gucken wir mit einem validierten und zertifizierten Management-System auf die Schonung von unserer Umwelt. Umweltschutz ist für den Horn brutal wichtig. Unsere Produkte werden immer von kompetenten Beratungs- und Serviceleistungen begleitet. So, dass wir in der Lage sind, jedem Kunden ein wertvoller und wertschöpfender Partner zu sein. Als Erstausrüster bieten wir Komplettlösungen, die von der Bearbeitungsstrategie bis zur Schulung reichen. Bei Innovationen haben wir immer alle Erfolgsfaktoren im Blick. Das gesammelte Know-how vom Horn ermöglicht schnelle und individuelle Lösungen, auch von Sonderwerkzeug, für jeden Kunden auf der ganzen Welt. Dafür sorgen wir mit unseren Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Technologievorsprung ist halt vom Horn. Kapitel 46 Kapitel 45 Propel 47 Kapitel 47 Kapitel 47 Kapitel 48